Niko, findest du die Nippel nicht blöde? Also an sich so immer zu nehmen? Weil die sehen halt blöd aus. So finde ich. So Plastik, weißt du? Du machst nicht die ganzen Holzdinger kaputt. Ich hab noch einen Tiger, hab ich bisher kaputt gemacht. Gut, ich treffe auch meistens den Ball nicht, aber... Musik Ein Zeichen Musik Ha, ha, ha! No! Das war kaum. Warte, das ist eine Qualitätsflasche. Ja, ey.